Wir fahren nach Denver, um dort Desperados endgültig zu töten, aber ohne die Unterstützung unseres ehemaligen Söldner, ohne die Unterstützung von Maverick, weil die das nicht wollen, weil die sagen, die sind zu stark, wir können sie nicht besiegen, aber wir sind Ryan und Frank gerade in einem Auto, dieses Bild finde ich total absurd. Es ist so niedlich, wie Robin immer versucht, uns die Story schmuck aufzumachen, aber es geht uns nur ums Schnitzel. Aber guck mal, ich finde es total absurd, das Bild. Ja, das ist Rydens Kostüm, sozusagen. Also es könnte noch absurder sein, wenn er auf einer Motorroller wäre. Moped. Genau, ne Fahrrad. Das ist stereotypical. Werden die Untertitel so umstellen sollen? Werden die wieder auf Englisch machen sollen? Ja. Das ist so sehr ehrlich. Well. Oh Gott. Ich hasse es, wenn die in Spielen oder Filmen sagen, this is not a movie, or this is not a game. Fuck you, natürlich, du machst dich gerade nur darauf aufmerksam, dass es ein Spiel ist. Ja, ja, das ist, äh, in Metal Gear Solid 2 haben sie, glaube ich, ne, ich glaube sogar in 1 haben sie, äh, plötzlich angefangen, philosophische Gespräche darüber zu führen, was der Unterschied ist zwischen Kriegsspiel und echten Kriegen. Also sie sitzen sich ja auch. Ich sehe aber vor, du fährst so über die Autobahn, guckst nach rechts und der Fahrrad des anderen Autos sieht so aus. Ja. WTF. Das wäre auch meine erste Reaktion. Finde ich gut. Habt ihr gerade gesehen? Er hat geschlossen und anhalten gesagt. Ich glaube nicht, dass man mit so Fußbedeckungen fahren darf. Vor allem mit der Stärke, die Ryan Lewis hat, muss das Exoskeletat, muss der einfach komplett durchdrehen. Er müsste eigentlich so wie Fred Feuerstein fahren. Ja, Mann, aber... Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick-Employee involved in a corporate rating now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Pass time. Ich dachte, wenn ich kurz meinte, jemand hätte Ryans Auto mit dem Taxi verwechselt und würde hinten drin sitzen mit dem Reden so. Ähm, 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 können Sie mich rauslassen? Herr Ryden. Rhyden! Being legal doesn't make it right. Ryden, hey! Das lasse ich. Er wurde gar nicht unterbrochen. Richtig, in Spiel. Und in Filmen, wenn die immer... Rhyden! Ja, wenn die ihren Satz unterbrechen, ohne dass sie in dem Moment tatsächlich unterbrochen werden. Das kommt nicht zum Pratzen. Passiert aber so oft, wegen der Technologie, weil... Also gerade in Spielen. Ich stand da gerade im Untertitel Fick dich, Mistkerl. Okay. I don't like you, hat er gesagt. Oh, dieser Move! That move. What the fuck are you doing now? Oh, das steht wirklich hier. Es sitzt hier wirklich mal da oben. Fire! Verdammt, die Rakete hat nichts gebracht. Lasst uns unsere Pistolen benutzen. Doch, sie hat genau das gemacht, was Ryden wollte. Über die Mauer katapultiert. Ähm, ja. Und weiterfahren? Oh, sorry. Weißt du, jetzt klappen sich die Räder so nach unten und es fährt einfach weiter. Du, 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 du. Wer Tom ist, alles back to the future. Alles. Ohne Ausnahme. Oh Gott, wird er noch leben? Hm. Wer hätte das gesagt? Bloß nicht schießen, Leute. Wartet, bis er ausgestiegen ist. Ich dachte, er kommt jetzt so lasziv mit seinem Füßen. Dazu Big Span. Ich hoffe, wie awesome das ist, bitte. Ach, Mensch. Schießt nicht auf den Hund! Ich wollte gerade sagen, warum warten Sie? Sie sind nicht auf den Hund. Sie operieren nicht in dieser Umgebung. Das kostet ja eine Strafe von mindestens 15 Euro. Der Typ ist so cool, der Schnäuzer von ihm oder das Bärchen. Sehr cool. Wieso sind die jetzt noch überheblich? Dann packen ihre Waffen weg und holen ihre Elektrochocker raus. Deadly force. Das ist so geil. Der waren wohl nur Platzpatronen. Im Gegensatz zu dem Elektrochocker hat er es auf Rösten geschickt. Eieieiei! 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 Oh Gott, ich habe ein bisschen die Steuerung vergessen. Äh, okay, ja, ja, alles klar. Du, das macht nichts. In den letzten Folgen hattest du auch gesuckt davor. Eie, ja, klar. Na, das war einmal. Ja, das war wirklich. Selbst Gucci Guilty hat geschrieben, dass du gesuckt hast. Ja. Und wenn Gucci Guilty sagt, dass du sagst, dann glaube ich nicht. Oh, guck, wo hast du das gerade rausgeholt? Aus seinem Penis. Weißt du, willst du auch nicht wissen, was er da gerade rausgeholt hat? Die haben bloß Insekts davon. Ah, schade. Doch, habe ich gerade. Und der andere auch noch. Sehr schön. Habe ich sogar zwei in der Hand. 94 Teile. Davon die meisten Genitalien aus. Sieht tatsächlich nicht weniger cool aus, das in einem Poncho zu machen. Er ist ein bisschen alberner, aber nicht uncooler. Eieieiei! Cali Nero. Ich habe das nie verstanden, Cali Nero hatte keinen Zebrero, oder? Er hatte diese dumme Eierschale. Nee, er hatte, ja, das stimmt. Warum bin ich so fröhlich? Ist er das? Nee. Ja, das ist der andere Cali Nero. Fröhlich, so fröhlich, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Übrigens wahrscheinlich das einzige Kinderlied, das aus irgendeinem Grund mit dem israeli-palästinenser-Konflikt assoziiert ist. Kennt ihr die Hammond von Wehen-Version, die außerhalb von Alfred Dirkus Quack benutzt wird? Nee, nichts von dem, was du gerade sagst. Das macht Sinn für mich. Das waren ganz viele Börser, die zu keinem Satz zusammengeführt wurden. Okay, dann lass mich erklären. Du hast gerade das Team von Alfred Dirkus Quack gesungen. Das ist möglich. Ja. Dieses Team stammt von einem Liedermacher namens Hermann van Wehen, ein belgischer Liedermacher, wenn ich nicht irre. Holländer, glaube ich. Ich glaube schon. Kann durchaus sein. Und das Originallied, dass das nicht für die Serie benutzt wird, das allerdings auch so heißt, warum bin ich so fröhlich, das ist ziemlich politisch. Und da kommt halt unter anderem eine Strophe vor, in der dann die Zeile kommt, warum bin ich so fröhlich, ich sehe, was da... Fröhlich war ich nicht. Was? Ach, Mann, Alter. Das würde mir anstrengend. Fuck you. Da kommt unter anderem halt eine Strophe vor, in der es um Israel und Palästina geht. Was? Ja. Und er sagt, ja, hm, aber die haben doch gar nicht genug, grundfröhlich zu sein. Nein, es geht darum, warum bin ich so fröhlich und dann, obwohl da so ein Konflikt ist. Pff, so. Äh, ich weiß nur, dass es in der Serie eine Hitler-Ente gab. Ja. Die war super. Das habe ich vor ein paar Jahren, oder vor letztes Jahr ist wieder entdeckt und konnte es fast nicht glauben. Und was machen wir mit den Landesverrätern, die im Hauptquartier eingesperrt sind? Sie werden arbeiten, denn Arbeit macht frei, frei, frei. Und warum wusste ich, dass es dir das gefällt? Ja, ich würde sagen, ich war einfach sehr erstaunt, was damals alles so cool war. Cool. Das war halt. Wie es schon wieder die übelste Badass-Reup geht. Das stimmt allerdings. Und du hast recht, aus irgendeinem Grund macht es dir das am Drehrohr nicht schlechter. Und das ist irgendwie eine Kuss. Ich meine, wie hoch muss die Coolness von irgendetwas sein, dass es durch ein Zobrero nicht uncooler wird? Gibt es eigentlich noch mehr so Spaß-Kostüme? Oder sind die anderen eher so ein bisschen ernsthaft? Die anderen sind, wenn ich mich jetzt recht erinnere, alle ernsthaft. Also ich glaube es. Bis auf das Donald Duck-Kostüm, wo er keine Rose hat, aber dafür oben matronen hast. Es gibt bei The Witcher 2 eine Quest-Reihe, die ist, glaube ich, optional. In der kriegst du zum Schluss so eine Pappennase. Also wirklich einfach so eine ganz lange, spitze Nase. Und die hat dann, Geralt hat die ganze Zeit an, und zwar in jedem Gespräch, in jeder Cutscene. Und das nimmt wirklich die Ernsthaftigkeit aus dem Spiel raus. Und vor allem dieses Geralt halt als Frauenheld und so. Wenn der da mit so einer Nase in der Sex-Szene... Naja. Witcher und Witcher 2 sind die einzigen Spiele, die die Sex-Szene vernünftig hinbekommen haben. In Witcher 1 gibt es noch gar keine, oder? Ach stimmt, da gibt es nur die Bilder. Aber in Witcher 2 war es dann. Also die das halt nicht lächerlich machen. In Witcher 1 gibt es ja manchmal so Sachen wie, dass man das Gebäude von außen sieht und dann hört man noch so... Ja, okay, das ist ja wiederum dumm. ...die zu kichern und sowas. Das ist ja, wie man das kennt, aber Witcher 2 hat es geschafft, das zu zeigen, ohne dass es scheiße ist. Was ja Bioware seit 15 Jahren versucht zu schätzen. Ja, bei ihnen sind es halt... Sie sind halt so glaubwürdig. So einigermaßen. Ja, Bioware war eigentlich immer am besten, wenn sie das sehr einfach, sehr subtil gehalten haben und es einfach nicht gezeigt haben. Wie zum Beispiel in Jade Empire, wo es einfach ein sehr epischer, sehr romantischer Kuss vor einem Bergpanorama ist. Ja, Mass Effect 3 ist... Und dann reicht es auch, weißt du? Also jedes... Ja, aber jedes Mass Effect ist schlimm. Also wie sexy nicht. Nein. Fuck you! Langsamste Raketen-Ever. Ich wollte kurz sagen. Warum? Nein, schnellste Arrayton-Ever. Jetzt geht er mal weg hier! Lass mich in Ruhe! Weg! Smobbing! Kannst du dir nicht auf ihn zulängen? Ja, das versuch ich ganz seit. Du brauchst doch keine Raid, damit die... Lass aber stehen! Wie die Bullet-Builds bei Bowser Jr. Okay, dann ist er weg. Ich hab nicht gehört, das ist doch nicht alles Back to the Future bei Tom. Manches ist es auch Mario. Ich würd's aber... Ich hätt's lustig gefunden, zugegeben nicht ganz politisch korrekt, aber lustig gefunden, wenn sie Raiden dazu noch so ein paar zusätzliche Sprachfights gegeben hätten zu dem Outfit. Das ist halt zwischendurch... Ja, das ist zwischendurch halt... Dios mio! Muy caliente! Andele, andele! Oh dear, ich hoffe, wir haben keine Spanisch sprechenden Zuschauer. Ich hoffe, wir haben sie. Wir hatten sie, mein ich. Doch, die können uns da noch Tipps geben, was man da noch sagen könnte. Ja, was gibt's denn noch für Sätze im Spanisch? Brote Bohnen für dich! Was heißt denn, stirbt ihr verdammten Cyborgs? Glaub ich. Oder, um mal wieder einen Internetplatz gazutieren, I wonder how you say Danzig in Spanisch. Kennt ihr das? Nee. Das Danzig-Shakira-Crossover? Aber kennt ihr Danzig? Fragen wir mal so rum. Das ist doch ein Ort. Ja. Oh Gott, okay. Nee, okay, ich kenne es nur als Ort. Ja, ich müsste jetzt anfangen, Sachen zu erklären, die einfach zu Grundlenken finden. Das ist der Doktor. Oh, stimmt. Und ich habe diesmal überhaupt keine schlechte Imitation gemacht. Ach ja, still. Psst! Psst, nicht laut. Oh, sorry, ich habe den Kopf abgeschnitten. Das wollte ich gar nicht. Ist so laut. Dankeschön. Da hinten liegt der. Mal gucken, wie Dead Rising 3 es schafft. Ich hoffe sehr, dass das man endlich dahin bekommt, dass die Gegner nicht verschwinden. Ja, das kommt drauf an, ob es respawnende Gegner gibt, gell? Ja, ich meine nicht, dass sie das ganze Spiel überbleiben, aber dass man zumindest nicht sieht, wie sie verschwinden. Ja. Das war halt wirklich... Vor allem nicht sofort. Einfach, dass man einfach so ein ganzes Areal schaffen kann, dass der Zombie da liegen. Das war ja echt... Das hat ja Danzig geschafft. Die haben ja die Half-Life 2 in der Orange Box zensiert. Wisst ihr das noch? Half-Life 2 war unzensiert. Achso, dass die... Wie waren das? Die haben sich hingehoppt? Ich glaube, die haben sich hingesetzt oder so? Also es war ja erst mal so, dass Half-Life 2 und auch Episode 1 unzensiert kamen. Die waren auf 18 und waren unzensiert. Bei der Orange Box war es allerdings so, dass Valve aus irgendeinem Grund... Ich glaube, das war es, weil die eine 16er-Freigabe haben wollten, statt eine 18er. Haben die, bevor die es zur OSK abgegeben haben, das Spiel... Half-Life 2 zensiert und dann trotzdem eine 18er-Beimbekommen. Und die haben es... Das war richtig übel. Die haben erst mal alles Blut halt schwarz gemacht. Das ist okay. Was aber so schlimm war, war, dass sie... Die Gegner... In der Sekunde wurde sie getötet, als sind sie verschwunden. Die sind noch nicht auf den Boden gefallen. Die waren in ihrer... Im Fallen sind sie dann vor deinen Augen verschwunden. Ganz, ganz, ganz schlimm. Das mit dem Hinsetzen, was du meinst, Leo, war bei Half-Life 1... Und bei Counter-Spects Source. Da haben sie es auch gemacht. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Auf Wiedersehen, meine Herren!